Hallo und herzlich willkommen zu diesem Call of Duty Let's Play. Und zwar ist es diesmal kein normales Let's Play. Und zwar spielen wir heute ein In-Game-Spiel von Call of Duty. Das gab es schon bei Call of Duty Black Ops 1. Bei 2 gab es das leider nicht. Und bei 3 gibt es es jetzt wieder. Und zwar, wir gehen jetzt mal auf Kampagne. Und zwar zum Unterschlupf. So, da wären wir im Unterschlupf. Und zwar müsst ihr hier gleich vorne an den PC dran. Interaktion. Und zwar gibt es hier oben ein Datentresor. Da klicken wir drauf. Und da ist es schon. Dead Ops 2. Wir fangen mal an. Das ist ein In-Game-Spiel. Dead Ops 2. Cybers Rache. Nice. So retro-mäßig. Ich verstehe zwar nicht ganz, um was es da geht, aber... Wahrscheinlich ist Huhn weggelaufen oder so. Das wird ewige Rache. Alles klar. So, und da wären wir. Das ist das Spiel. Jetzt müssen noch die ersten Zombies kommen. Genau. Kann man noch andere Waffen einsammeln? Hier. Money, 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 money. Und zwar gibt es hier auch die Waffen, die es im Online-Modus gibt. Und zwar... Die hier im Beispiel. Ich muss hier einen Weg aussuchen, in welchen ich gehen muss, äh, gehen will. Ja, wir nehmen mal... Da erst mal die ganzen... Den hier nehme ich. Wo bleibt der nächste Zombie, Ladey? Ah. Dann kann ich übrigens nicht springen und auch nichts anderes machen. Flammenwerfer! Ich bin... ... ein Flammenwerfer. Äh. Hui. Schluss ist halt. Jetzt habe ich wieder das Maschinengewehr. Welle. Runde 2 abgeschlossen. So, wir gehen mal hier hoch. Was wir hier noch einsammeln. So, jetzt hier hoch. Und zwar kann man auch verschiedene Tokens einsammeln. Und zwar das hier. Jetzt fliegen wir so. Oh, damn it. Oh, das ist doch gar nichts. Knallit! Runde 3 abgeschlossen, Weg wählen, wir nehmen mal den hier hinten, guck mal da kann man wenn man ein Dreieck drückt, so ranzoomen, das war scheiße, oh Skelettschädel, ach guck mal, das ist richtig nice, jetzt sind wir hier first person, ich bin bei dem Zombie, ich bin bei dem Zombie Modus, oh Gott, alles sehr schnell, hallo, oh damn it, Runde 4 abgeschlossen, steigen sie in Teleporter, um eine neue Arena zu betreten, alles klar, machen wir doch, oh, eine neue Arena, ein Zombie, tote Sammler, darf ich nicht reinlaufen, sonst sterbe ich, oh damn it, nein sterb dem Mistviecher, ich habe so wie es aussieht, der unendlichen Mission, das ist sehr interessant, und ich habe kein Leben mehr, so, wir sammeln noch kurz das restliche Geld an, so, wir gehen hier lang, ich weiß nicht, wie lange wir leben, jetzt habe ich denn da über den Kopf schweben, spiderweb dem Mistviecher, so, wir gehen, Wir gehen hier lang, aber als erstes zahlen wir natürlich wieder das Geld ein. So, nächste Map, ja, First Person. Na, nein, 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 oh Gott, das ist der Ohr. Nein, 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 als ob. Ich bin reich, ja, ich bin reich. Das ist mega nice gemacht, finde ich. Für so ein Ingame-Spiel. Oh, hallo da drüben. Wollt ihr sowas davon? Was passiert da hinten? Oh Gott, das ist wieder komische Affe. Hundertprozent. Ja, ich bin zurück. Ich zurück, andersrum. Oh, was ist das? Was macht der Typ? Was hat der vor? Alles klar. Okay. Dankeschön. Hat mich einfach getötet. Okay. Find ich auch. Alles klar. Kommen wir als nächstes. Nix mehr. Game over. Edelsteine habe ich nur vier eingesammelt. Schädel, drei Edelsteine und vier Schädel. Interessant. So, dann wollen wir mal Ende. Ende. Ist voll nice. Ein Spiel in einem Spiel. Das finde ich richtig nice. Was ist jetzt los? So. Ha. Ah. Okay. Cool. Das war's. Wenn euch diese Folge gefallen hat, würde ich mich einen Daumen nach oben freuen. Einen netten Kommentar wäre auch sehr schön. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.